Also Leute, ja bitte, seien sie respektvoll hier, das ist, jetzt kommt ein Mensch, der weiß wirklich, was er tut. Jungle, als auch auf Master Yi, wir haben gerade jetzt, wir haben jetzt hier Prime Coaching, das könnte nicht besser sein. Ja, guten Tag. Hallo, na? Ja, moin. Wie geht's dir? Sehr, sehr gut. Ich freue mich so extrem, Freunde. Ich habe gesehen, du hast auch gott dich zu freuen mit plus 31 MP gerade. Ja, das war halt, ich habe gerade gegen Argo Ring gespielt. Oh, lol. Ich kriege momentan, zig, zig, zig. Ich kriege momentan auch plus 29, so. Und ich bin auch so, holy shit. Das ist halt so satisfying. Ja, ist es schon. Das bedeutet einfach nur für mich zum Beispiel, dass ich weniger spielen sollte und die, die spielen, noch mehr tryharden. Aber das weißt du eh, oder? Ja, schon eigentlich. Okay, also ich würde so machen, ich hole mir jetzt erstmal einen Kaffee. Das klingt super. Und dann würde ich screensharen und du kannst ins Screenshare reingehen und dann würde ich die nächsten Schritte erklären. Gerne, gerne. Okay, bis gleich. Bis gleich. Oh, ich bin mal gespannt. Ich hoffe, er nimmt jetzt keinen, also meine letzten Bots, die letzten drei Tage waren echt terrible. Ich frage mich, ob er schon rausgesucht hat. Ich hoffe nicht, weil die letzten drei Tage sind echt nicht repräsentativ für meine sonstige Spielqualität. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt rein. Ja, das ist ein Lieblingskind. Stimmt, das ist eigentlich eine wichtige Frage, die wir zum Anfang erklären müssen. Seit wann spielst du hier? Ich spiele seit Season 5 oder 6, glaube ich, ausschließlich hier fast. Das ist schon ein bisschen her. So, moin moin. Moin. Okay, bist du bereit? Yes. Ich glaube, dein Stream hört mich aber nicht. Ähm, ja, ich habe das noch nicht eingestellt. Ich muss das immer extra einstellen. Okay, 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 ich see. Ähm, wir haben direkt eine wichtige Frage zu klären hier. Mein Schatz hat mich direkt darauf hingewiesen. Was ist denn in deinen Augen der beste Skin für Master Yi? Das ist immer die wichtigste Frage. Ja, allerdings. Also für mich ist es bei weitem Eternal Sword Master Yi. Okay. Ich finde, der Skin fühlt sich so fein an zum Spielen. Mhm. Und ich finde, das ist einfach, keine Ahnung. Von allen Skins schaue ich halt immer, was ist das Smootheste. Und immer habe ich so different vibes. Ich glaube, das ist bei dir genauso. Wo du so denkst, jetzt mal eine Woche lang nur den Classic oder nur den Project oder was weiß ich. Und dann auf einmal kriegt man wieder richtig Bock auf Eternal Sword Master Yi. Und ja. Aber was am besten ist, ähm... Also für mich ist das schon eindeutig Project Yi, muss ich sagen. Ich weiß nicht warum, aber die Autotech-Sounds haben einfach diesen Crisp, weißt du? Aber Eternal Sword ist auch nur zwei. Von allen finde ich den den schlechtesten im Project. Wirklich. Wirklich. Weil ich finde, der schaut so klein aus, findest du nicht? Okay, also ich spiele muss sagen, auf die Größe habe ich gar nicht geguckt. Ich gucke nur nach Sound wirklich. Also ich habe auch immer das Gefühl, weißt du, der Sound ist so wichtig, weil du damit also so Double Strikes ein bisschen uptimest, weil du irgendwann hörst, wann er kommt so. Und das klingt richtig geil. Weil, stimmt, aber du musst auch ein bisschen schauen, du kannst es mal vergleichen, Eternal Sword und Project. Es schaut so aus, als wäre der Eternal Sword einfach viel größer und das fühlt sich viel feiner daran zu spielen. Okay, das kann natürlich sein. Auf die Größe habe ich nicht so geachtet. Ich mag auch den Prestige-Skin richtig gerne, aber der ist ein bisschen Pay-to-Lose, weil die Queues so eindeutig sind. Haben wir die Frage geklärt? Gibt es noch so eine wichtige Frage? Ich glaube, ich glaube erst mal nicht, ist in Ordnung. Aber eine Sache, die mir eben eingefallen ist, hattest du schon ein Wort rausgesucht? Nee, nee, ich würde das spontan machen. Weil ich habe auch die letzten drei Tage oder die letzten vier Tage, ich bin ja mega krank gewesen und meine Games waren wirklich, die waren nicht repräsentativ für mich. Okay, ja, wir schauen jetzt einfach mal, was es gegeben ist und sonst schauen wir einfach so ein bisschen rein. Und sonst machen wir direkt am Anfang Live-Coaching, obwohl ich das sehr ungern mache, weil es nicht mein Konzept ist, sozusagen. Ich würde einfach nur ein paar mehr Tage zurückgehen, ich glaube, das ist sinnvoll. Oh, läuft, stimmt. Weil du kannst immer nur so lange zurückschauen, wie der Patch das erlaubt. Also wenn es neu gepatcht wird, kannst du dir die vom alten Patch nicht mehr anschauen. Okay, okay. Also ich würde sagen, jetzt erst mal erkläre ich dir mein Grundkonzept, wie ich das in letzter Zeit immer wieder mache. Gerne. Ich habe jetzt bei dir jetzt auch nicht irgendwie speziell jetzt Games davor rausgesucht. Ich mache das bei dir, wird das Coaching auch ein bisschen anders ablaufen wie sonst. Aber normalerweise ist das Erste, was ich mache, ich lerne erst mal den Client ein bisschen kennen. Dann schaue ich mir zusammen sein OPGG an. Und dann will ich, dass er ein Ziel sich vorstellt oder visioniert. Also visioniert. So, was willst du eigentlich erreichen? Willst du einfach besser werden? Willst du eine gewisse Elo erreichen? Und das fangen wir jetzt gleich mit dir an. So, was ist denn dein Ziel? Oh, Schleiz. Ganz kurz, ich muss schnell die Einstellung auch noch machen bei Screenshare. Oh, ja, natürlich. Also mein Ziel, das ist ein spannendes Thema, weil ich eigentlich immer nach der Philosophie gelebt habe in League of Legends, das, was passiert, passiert. Weil ich halt primär immer so im Kopf Content mache und sekundär ist der Rank. Aber ich habe halt schon letzte Season gemerkt, ich hatte keinen Bock mehr auf Platin und bin einfach gesagt, okay, du spielst einfach ein bisschen konzentrierter. Die Leute fragen mich immer, was hast du geändert? Ich sage immer aus Trollsache, ich habe keine Pinkwards mehr gekauft. Das ist nämlich die einzige merkbare Sache, die ich geändert habe. Und die etwas bessere Antwort ist vermutlich, dass ich einfach aufgehört habe, in jeden Engage reinzugehen. Weil das Playsteam ist unfassbar aggressiv. Aber da habe ich auf jeden Fall gemerkt, okay, ich kann mich ein bisschen mehr konzentrieren und dann geht es auch nach oben. Also dein Ziel ist, dass du dich einfach ein bisschen mehr konzentrierst, sozusagen. Mehr Konzentration und weniger ... Also wir haben den Infamous Mid-Game-Thrower bei mir. Ich schaffe es fast ausnahmslos, jedes Early-Game zu gewinnen. Aber ich brauche das Mid-Game einfach terrible. Das ist hervorragend. Kannst du mir bitte mal deinen OPGG schicken? Kann ich das direkt öffnen? Klar. Ich erkläre dir jetzt mal nochmal einen Grund, eine ganze Basic. Ich mache das am Anfang immer so, dass ich ein paar Basics erkläre. Ist auch für deinen und meinen Stream ganz nice. Und zwar, das weißt du zwar schon, aber ich sage es natürlich jetzt trotzdem, der Grund, der Hauptgrund, warum du und der Edo bist, der du bist, ist höchstwahrscheinlich einfach nur, dass du Gewohnheiten hast, die schlecht sind. Das weißt du. Und das ist ... Also du kannst höchstwahrscheinlich ein viel besserer Spieler sein. Du kannst theoretisch ein Masterspieler sein vom Niveau her, wenn du Full Focus, wenn du alles machst. Aber du hast bestimmte Gewohnheiten, wie zum Beispiel, ich mache Level 3 Bot-Gank oder ich mache einen Full Clear oder ich mache ... Das sind alles Gewohnheiten, die nicht unbedingt gut sind. Und das Einzige, was ich jetzt grob unterschiedlich mache, zum Beispiel, wenn ich jetzt in deiner E-Lust spielen würde, oder? Dann würde ich mich nicht wirklich anstrengen. Und der Grund, warum ich mich nicht anstrengen, ist, weil diese Gewohnheiten schon so festgefahren sind bei mir, dass ich einfach ... Ich muss nicht mal nachdenken, ich mache automatisch diese Gewohnheiten. Und das will ich eigentlich, dass du das auch herkriegst oder generell alle meine Kleinst, das ist so das Hauptziel des Coachings, ist, dass er einfach die Gewohnheiten kriegt, was muss er in welcher Situation machen. Ja, ich habe gar kein OPGG gesehen, weil die Human Rate ist echt traurig, das ist so traurig. Mit dem Amumu. Mit dem Amumu. Ja, mit 74% auf 27 Games. Ihr habt das schon von ... Auch überraschenderweise habe ich das von sehr vielen Leuten gehört, dass sie momentan sehr viel struggle mit dir. Der Grund ist, glaube ich momentan, die Meta. Die Meta erlaubt fast gar keine Mistakes. Und du hast vorhin gesagt, du bist nicht immer konzentriert und manchmal gehst du einfach so random engagen oder das schaut aus nach einem Engage oder wie auch immer. Und ich glaube, dass genau das dazu führt, dass du Wahrscheinlichkeiten annimmst, wo sehr häufig zu einem Fehler werden. Also sagen wir jetzt mal, du nimmst eine 60% Wahrscheinlichkeit an, dass es ein guter Play ist, oder? Ja. Glaubst du, das ist eine gute Wahrscheinlichkeit oder nicht? Es ist keine gute Wahrscheinlichkeit, würde ich behaupten, weil 60% reicht nicht. Also in meinen Augen. Aber theoretisch, wenn du oft genug machst, reicht 51% rechnerisch betrachtet. Und das stimme ich jedem schon nicht zu. Und das wird jetzt das Interessante sein. Ja. Wie du denkst jetzt so, 51% Wahrscheinlichkeit, dass du das Game gewinnst. Ja, stimmt, weil dann müsstest du es eigentlich langen Term klein, wenn du 10.000 Games spielst. Aber der Punkt ist folgender. Ich sehe das so, es gibt pro Spiel vielleicht 50 verschiedene Plays. Ja. So sage ich jetzt mal so, ungefähr. Es ist grobe Zahl gesagt. Und wenn du jetzt sagen wir mal, du nimmst beim ersten Play schon eine 51% Chance an, dass der nicht, dass der klappt. Und dann hast du eine 49% Chance, dass er nicht klappt. Und dann klappt es nicht. Und das hast du gleich am Anfang schon, hast du etwas, das deine Winrate so hart runterzieht, nur weil du immer diesen Play annimmst, dann kommen die nächsten Plays. Und die sind dann nicht mehr 51%, sondern vielleicht 48% oder 47%. Das bedeutet, wenn du niedrige, wahrscheinliche Plays annimmst, dann wirst du auf Long Term, ich glaube nicht, 51% Winnet haben. Also die Rechnung geht ein bisschen anders, wie mir das jetzt, wie mir uns das jetzt vorstellt. Ich verstehe, was du meinst. Aber du verstehst, was ich meine. Okay. So, und ich mache jetzt das Grobe. Was ich anders mache, ist, ich nehme fast immer Chancen an, die über 80% sind. Und das würde ich dir als Tipp geben. Und das würde ich jedem eigentlich, jedem Master Yi-Spieler und jedem Jungle-Spieler vor allem, würde ich dir einen Tipp geben. Schau, dass die Chance, dass du einen guten Outcome kriegst, über 80% ist. Und schau, dass die Chance, dass du stirbst, unter 20%. Das sollte immer gegeben sein. Und wenn das nicht gegeben ist, ist der Play meistens schon schlecht. Das heißt, wenn du jetzt eine 60% Chance-Wahrscheinlichkeit hast, sondern eine 70% Chance-Wahrscheinlichkeit, dann ist das eigentlich nicht das, was du annehmen willst. Sagen wir mal, du machst ein Level 3 Botline-Gank und die Chance, dass du einen Botline-Kick kriegst, ist 65% wieder, die Gegenrechnung. 35% ist, dass du es nicht schaffst. Eine katastrophale Play. Weil du wirst Long Term so niemals climben. Und jetzt kommt das Witzige. Du wirst im gesamten Game, wenn du es richtig spielst, und das kann ich dir jetzt zeigen, 100% unendlich Chancen geben, wo du 80% plus hast. Unendlich. Und wenn du Snowballst, dann geht das sowieso hoch, die Zahl. So, und die Chance, dass du stirbst, sollte immer niedriger als, ich mach's jetzt mal so, niedriger als 20% und da höher als 80%. Das ist klar, gar nicht in der Ausleute. So, dafür alles verstanden, oder? Yes, das ergibt Sinn für mich. Okay. Okay, das ist so der Grundding, warum die Leute stacken. Und das, glaube ich, ist genau der Grund, für dich ist es ja wahrscheinlich verwunderlich, warum hast du mit der Mumu mehr höhere Winrate als mit Master Yi. Wir nehmen jetzt genau deinen Playstyle, 55%, 60% Wahrscheinlichkeit für Good Outcome, jedes einzige Mal. Und das führt dann einfach dazu, in der Meta, wo Mistakes härter gepanischt werden. Wenn du zum Beispiel 60% nimmst und 4 von 10 Games jetzt verlierst, oder diesen Early Game verlierst, wirst du extrem hart gesnowballt und in der von gepanischt. Das ist alles, was ich dazu erklär. Jetzt frage ich dich, ich mach's normalerweise so, dass ich erstmal noch ein paar Grundsachen erklär, aber ich mach das bei dir jetzt nicht so allzu grundlegend. Jetzt wollte ich dich noch fragen, wie ist denn dein Mäntel? Bist du am Tilten, oder was? Das ist einfach dick krank. Ich rühme mich mit zwei Eigenarten. A, ich habe noch nie irgendjemanden in-game geflamed. Noch nie. Echt jetzt? Noch nie. Und B, ich surrendere nie. Ich hab noch kein Game surrendert, kein Ranked. Dann ist dein Mäntel ja besser als meins. Also klar regle ich mich manchmal auf, aber ich würde es niemals im Chat schreiben, weil es hat keine einzige produktive Eigenart. Und ich bin auch recht schnell dabei, dass die Leute, sobald ich merke, dass sie einfach unverbesserlich anfangen zu flamen, einfach direkt mute und mach weiter. Okay, und jetzt die letzte Frage noch zum Mäntel. Wirst du affected, wenn du, sagen wir mal, stirbst oder dein Team einen Scheiß macht? Also nicht, dass du schreibst, sondern dass du dir denkst, ah, fuck, und jetzt hast du keinen Bock mehr oder was weiß ich immer? Nö, dass ich keine Lust mehr habe, das wird dann auch so ein Niedesresultat. Manchmal fixiere ich mich auf jeden Fall definitiv mehr auf mein Team als auf mich, aber ich versuche auch immer, den Fehler bei mir zu suchen, auf jeden Fall. Okay, das ist auch schon mal gut, aber du bist jetzt nicht negativ eingeschränkt, wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, du gehst 0-10 an Lucky Game, denkst du dir nicht voll der Scheiß, sondern du tust trotzdem einfach weiterspielen, oder? Meistens, ja, auf jeden Fall. Okay, dann ist dein Mantel schon mal ganz gut. Einen Grund kann ich dir noch mal nennen. Ich glaube, dass es Winners und Losers Q gibt. Ja. Es würde von Riot Games, von der Company, mega viel Sinn machen, es einzuführen, oder? Ja, ich habe die Aufschlüsselung, diese Scientific Paper dazu gelesen. Ah, interessant. Das würde mich gerade interessieren, was stand da drin genau? Das ist quasi, was du genau meintest, aus Company Perspektive wohl Sinn ergibt, weil es halt die Replayability für die Spieler erhöht. Wenn du halt einfach eine große, also irgendwie dem Spieler eine große Winning Streak zu geben, ist logischerweise endorphintechnisch einfach ein reiner Segen für diesen Menschen. Und das ist wohl, dass das Negative überschattet, dass wenn man, also eine große Winning Streak ist viel, viel besser, als eine große Losing Streak schlecht ist für einen Average-Spieler wohl, und die das im Game hält sozusagen. Ich habe auch gedacht, dass das Losen sogar noch gut ist, weil wenn du, sagen wir mal, 20 Games in a row verlierst, dann musst du dir selber beweisen, dass du gewinnst. Weißt du? Und wenn du dann 20 in a row verlierst und dann 20 in a row gewinnst, war viel mehr emotional, der Emotionalität dahinter, und du bist einfach dann noch mehr süchtig sozusagen. Das stimmt. Also, ja, also es kann sein, wir wissen sich, niemand von uns kennt die Daten, genau, aber es würde vollkommen Sinn machen. Ich glaube, bei allen anderen Spielen macht man das sogar, und das ist auch offiziell und so. Und immer sehe ich, ich sehe das bei jedem zweiten Klein. Und bei mir genau ist es gleich. Ich kann das bei mir kurz zeigen. Es ist wirklich witzig. Das ist jetzt win-los, win-los. Hier zum Beispiel, ich gewinne fast jedes Spiel und es fühlt sich auch wirklich einfach an. Und wenn ich dann runterscrollen würde, dann fängt es dann wieder, es ist halt, okay, es ist halt immer irgendwie so schwarz-weiß. Dann mache ich noch ein letztes und dann würde ich in-game gehen, okay? Dann würde ich mir dein Ding anschauen. Und zwar, und zwar Mechanics. Ich schreibe es jetzt nochmal dazu, für alle, die es nicht wissen. Mechanics, Mechanics. So, das ist einfach nur Micro. Dann, das ist für euch, Leute. Makro ist nichts anderes wie Decision-Making. Und dann haben wir noch Mental. Du hast gesagt, der Mental ist Challenger-Level. So, das so modiert mal. Das hast du gesagt. Also, wenn das so stimmt, wie du es mir gesagt hast, dann ist es wirklich Challenger. Okay. So, und wie würdest du deine anderen zwei raten? Ähm, meine Mechanics sind, ähm, wissenstechnisch auch hoch, aber umsetzungstechnisch einfach auf meine Unaufmerksamkeit einfach manchmal eher so Master, würde ich behaupten. Master, okay, let's go. Vielleicht, ja. Und mein Makro ist Gold. Was ist denn Makro? Silber oder was ist Gold? Silber, Gold ist höchstens. Ich habe jede Runde zu wenig Farm. Ich habe dauernd keine Ahnung, ob ich jetzt lieber ein Camp nehmen sollte oder doch eher ganken gehe. Da habe ich, weil ich mich auch nie keine Lust hatte, mich damit zu beschäftigen, so nach dem Motto. Also, du hast einfach nur gespielt, zum, das Game Enjoyen und alles und das ist der Hauptpunkt. Ich habe irgendwann mal gesagt, das Spiel ist für mich gewonnen, sobald ich Master im Champion Select eingeloggt habe. Ich muss das Spiel nicht gewinnen, um für mich mental zu gewinnen. Das ist eigentlich, ich kann ja mega viel von dir lernen. Da lernst du ja mehr von dir als du von mir. Okay, dann sagen wir jetzt mal, sagen wir jetzt mal, ähm, Gold 4, okay? Ja. Okay. Höchstens. Das heißt, das heißt, wir sehen jetzt schon ganz klar, deine Ehe, und das ist eigentlich alles, was es in League of Legends gibt, so. Der Faker kann auch nur überall, sagen wir jetzt mal, Challenger sein und nicht besser so. Das ist eigentlich das Maximum, was du sein kannst, alles zusammen. So. Das heißt, wenn wir jetzt dein Makro proven würden, sagen wir mal, wir würden es hochpushen auf Grandmaster Level. Ja. Dann bist du average schon Grandmaster. Verstehst du, was ich meine, oder? Warte, fuck, ja, okay, das ergibt sehr viel Sinn. Das geht extrem schnell, dass du besser wirst. Wenn du, und oftmals ist halt das Mental nicht Challenger. Also ich habe das noch nie erlebt, bei keinem einzigen Mal, ich mache das seit drei, vier Jahren, und auch keiner hatte so was erzählt, wie du, dass er noch nie gechattet hat und noch nie irgendwie, also das ist echt, da kann es echt Respekt für dir selbst haben. Okay. Aber es liegt auch daran, dass es dein Streaming-Account ist und deswegen es ja überhaupt keinen Sinn ergeben würde. Ich habe tatsächlich keinen anderen Account. Echt jetzt? Ja, nein, ich habe keinen anderen. Also ich habe einen, den ich vor fünf Jahren mal für einen Werbestream benutzt, aber sonst habe ich keinen alten Account. Okay, okay, das, das, okay, und dann spielst du ja gar nicht so viel League, oder? Ich spiele nur während ich streame, spiele auf jeden Fall. Abseits davon habe ich da leider keine Zeit zu. Also wenn du streamst, spielst du aber halt nicht immer League, oder? Genau, inzwischen schon weit aus mehr Variety, früher aber mehr. Also letztes Jahr auf jeden Fall noch weit aus mehr. Dann überlegen wir uns jetzt mal, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich werde jetzt nicht mal grob ganz viel drum reden. Mal, wieso muss ich noch mehr erklären, aber wir lassen es jetzt einfach mal so. Und wir suchen jetzt ein Game aus, wir schauen, ob wir es anschauen können. Stimmt, Simon, aber ich habe ein bisschen mit dem Wasser gespielt, aber der ist nicht wirklich in der Alter. Ich erkläre dir einfach mal alle Gewohnheiten, die du schon falsch machst. Okay. Und ich schaue niemals, wenn ich jetzt coach, also so aktiv coach, schaue ich eigentlich niemals wirklich auf die, am Anfang, auf die Matchups. Die Matchups mattern alles nicht. Alles, was mich interessiert, sind, welche Gewohnheit machst du jedes einzige Game. Wie zum Beispiel, wo wartest du, wann drückst du Sweeper, wann gangst du, wann farmst du. Genau das ist auch das Wichtigste. Ob du jetzt da gegen einen Schafen richtig spielst oder gegen einen Wolli-Bier, interessiert kein Mensch. Das mattert nicht. Welches Game könnte denn interessant sein? Was glaubst du denn du? Wie gesagt, lass uns mal bitte die letzten drei Tage ignorieren, weil, also wirklich, ich habe gemerkt, dass ich mich, ich sehe nicht mal, wer ins Dragon Pit gelaufen kommt, weil ich so unaufmerksam war. Okay, dann würde ich sagen, da war ich sehr ahead und habe es verloren. Das sieht spannend aus. 17, 10 oder 12, 10. Eins von den beiden, ja. Es ist witzig, dass du sagst, von wegen so Habits, die ich immer wieder mache, weil ich davon ganz viele habe, die ich überhaupt nicht questione und einfach mache. Und das ist auch der Hauptpunkt, dass die Leute, warum ich finde, Coaching ist oftmals, brauchen die Leute gar nicht wirklich Coaching. Aber oftmals, also ich sage jetzt mal, es gibt zwei verschiedene Arten, die einen brauchen überhaupt kein Coaching und die anderen brauchen es extrem dringend. Und oftmals sind das halt Sachen, wo du überhaupt gar keine Ahnung hast, dass du diese Fehler machst. Und da machst du, zum Beispiel, es wird ein gutes Outcome. Du machst einen blöden Play und kriegst dafür den Dragon oder so. Und dann denkst du dir, geil, nächstes Game mache ich es wieder so. Und dann machst du das 100 Games und merkst gar nicht, dass du 100 Mal den Herald verlierst, zum Beispiel. Ja, lass uns gerne entweder den 17-10 oder das 7-7 nehmen, glaube ich. Das 12-10 weiß ich genau, was mein Fehler war. Und seit Garen ist 0-10 gegangen und ich habe das Blick gehört, war dumm und dann konnte ich den Gang mit ihm töten, als er das Geld hat. Da war ich sehr schön. Schauen wir mal, wie weit es geht. Oh, das schaut gut aus. Das schaut sehr gut aus. Sorry, was hast du gesagt? 17-10 oder das 7-7 darüber, hätte ich gesagt. Weil da, wenn ich mir das angucke, weiß ich auch nicht, warum ich da verloren habe. Dann würde ich das lieber nehmen, weil da ist Masi noch viel stärker gegen das Gegner. Richtig, genau, das dachte ich mir nämlich auch. Und deswegen kannst du mehr machen. Bei dem kannst du einfach, also ich schaue ungern am Anfang solche Games an, weil wenn die Gegner das da richtig spielen, Maukei, Lulu und Jax, kannst du das Game nicht spielen. Und ich will ein Game sehen, wo du was spielen kannst. Ja, ergibt Sinn. Ich bin der Meinung, dass Coaching eigentlich nur wirklich effizient ist, um diese ganzen Gewohnheiten rauszukriegen. Alles andere ist ein Bonus und nice to have fürs Coaching. Und deswegen werde ich auch am Anfang nie wirklich Live-Coaching machen wollen. So, Dala. Ich hoffe, alle Einstellungen funktionieren. Jeder sieht alles. Du kannst gerne auch ab und zu Fragen vom Chat stellen. Also dein Chat, mein Chat, kannst du gerne Fragen stellen. So, wir fangen jetzt direkt an. Ich finde das sehr gut, dass du direkt aus der Base laufst. Perfekt. Wolltest du immer hier unten. Immer, ja. Okay. Wie oft wurdest du hier unten schon invaded? In den letzten 100 Games? Zweimal. Und wie oft wurdest du da invaded? Achso, invaded generell. Gecatcht wurde ich zweimal, habe ich gedacht gerade. Wie oft ich invaded wurde, boah, keine Ahnung. 10, da öfter wahrscheinlich. 20, 30 Mal. Topside Invades passieren in meiner Elo gefühlt gar nicht. Ganz weird. Okay, okay. Dann ist das ein sehr guter Award. Reset & Sweeper machst du nicht? Doch, eigentlich immer. Ich weiß nicht, warum ich es gerade nicht mache. Ehrlich gesagt. Du machst später wahrscheinlich, ja. Was machst du da? Das ist schon lang gestartet. Oh mein Gott, was ist da denn los? Du hättest die Pflanze über sieben Sekunden nehmen müssen. Ja, ja, ja. Ich war wahrscheinlich AFK oder hab mit Chat geredet oder sowas. Okay, okay, okay. Kurz zum Clear. Ich sag das nur einmal, ganz kurz. du willst eigentlich für den Clear die Pflanze nicht nehmen und kein Leash haben. Okay. Weil wenn du die Pflanze nimmst, dann hast du ein Passive Stack mehr. Genau. Und du willst diesen Passive Stack nicht haben, weil du dann deinen Double Strike für die Crux hast. Oh mein Gott, okay. Es fällt mir immer auf, dass ich genau meinen Double Strike bei den Crux abhabe. Aber ich hab nie dran gedacht, dass ich das ja verändern kann, indem ich die Pflanze nicht nehme. Natürlich. Genau. Und ich war halt schon im Practice Tool, hab alles schon ausprobiert und das ist halt mit Abstand das Schnellste. Und das mattert dann, wenn du jedes Game 20, 30 Sekunden schneller bist, macht das auf 100 Games so viel Unterschied. Okay. Ich schau jetzt einmal nicht auf den Clear. Das ist alles, was ich zum Clear sage. Ich schau es uns nicht an, weil ich will jetzt nicht die Zeit dem widmen. Ja, okay. So, du machst, wie schaut es denn beim Clear aus? Wie schaut denn dein Path in jedes Game aus? Red, Crux, Vögel, Wölfe. Dann versuche ich Crux, wenn ich Botlane ganken will, sonst Blue Crux. Also einfach full Clear. Ja, full Clear, straight up. Also ich hab bis zum Invade-Patch hab ich immer Red, Crux, Vögel gemacht und hab dann die anderen Buff invaded, weil das einfach immer geklappt hat gefühlt auf meiner Ehre. Oh, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Weil dann hab ich halt engaged, invaded, bin meistens im Bluebuff rübergesprungen und hast dann halt einfach den Wartes entweder oder war das vielleicht sogar den Wölfen, weil ich immer gesweepert hab dann auf dem Weg rüber und dann entweder kriegst du ihn und wenn nicht, weiß der Gegner-Jungle das meistens nicht, dass du startest, weil einfach noch niemand Seitentrackt bei mir und dann kannst du einfach deine zweite Hälfte machen, wenn es schiefläuft. Du bist halt mies verzögert, aber ja. Okay. Ganz kurz zu dem Invade und der Grund generell, so der Antwort auch, ob ich generell Invades mag, kann ich dir folgendes sagen. Ich rechne das eigentlich immer an Wahrscheinlichkeiten, wenn du jetzt starten Invaders, du hast gesagt fast immer, okay, sagen wir jetzt mal, das ist 70%, das ist noch nicht 80%, okay? Wenn es 90% ist, dass du da einen Kill kriegst, okay, kannst du gerne jedes Game invaden, aber sagen wir mal, das ist wieder 70%. Wenn ich jetzt aber meinen Full Clear mache und dann eventuell einen Bot gank, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich sterbe, null und die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein gutes Outcome kriege, also dass ich meinen Full Clear durchkriege und so weiter, 100% und dass ich eventuell einen Bot lane gank kriege, ist okay, gegeben, es kommt darauf an, wie das Game funktioniert, vielleicht kriege ich dann einen guten Gang, wenn ich es nicht kriege, also wenn es wieder unter 80% ist, mache ich es nicht, wenn es über 80% ist, mache ich es, das heißt, basically, ich werde immer so spielen und dir auch empfehlen, so zu spielen, dass es fast immer 80% bis 100% ist, das komplette Spiel über durch. Ich würde dir gerne noch eine Sache sagen zum Pathing und dann würde ich das auch skippen und die nächsten Sachen anschauen, okay? Wir nehmen jetzt an, du bist Redside, oder magst du Blueside sein, was magst du? Lass uns gerne Redside anfangen, da bin ich ein bisschen unsicherer. Okay, 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 perfekt. So, meine Empfehlung, wie ich dir empfehlen würde, jedes Game zu spielen, ausnahmslos, weil du spielst, das ist der große Vorteil, den du hast, du spielst nicht gegen die gleichen Leute. Die Leute, gegen die du spielst, sind halt, du spielst jedes Gang gegen einen anderen, oder? So. Ja. Gegen eine andere Person, oder? Da habe ich recht. Schon, ja. Also du hast noch nie gegen den gleichen gespielt, oder? Ganz selten. Ganz selten. Okay, das bedeutet, das kann ich zum Beispiel nicht haben, du kannst eine Strategie haben, die die beste ist sozusagen und sie die ganze Zeit verfolgen. Und mit dieser Strategie, dann hast du auch am meisten Spaß, weil du am meisten fett wirst sozusagen. Und das wäre folgende, du startest immer Red Buff, nie Blue Buff. Egal, wie es ausschaut, egal, wie dein Matchup und so ist. Dann machst du Cracks und nach Cracks gehst du eventuell Top Ganken, wenn die Chance 80% ist. Wenn nicht, gehst du zu den Cracks und Chickens, ganz normal. Und nach den Vögeln gangst du Midlane Level 3, wenn die Chance 80% ist. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen Twisted Fate hast, eine Syndra hast, irgend so was, was dir ein gutes Setup gibt. Und wenn das nicht möglich ist, dann machst du ganz normal weit weiter Wolves, nach Wolves, Blue und Grump, egal, was auf der Map passiert. Also das könntest du so, okay, natürlich gibt es Ausnahmefälle, aber das ist so diese Grundidee. Danach gehst du entweder Bot oder Mid oder Scuddle und nach dem gehst du wieder Bot oder Mid. Und wenn das nicht klappt, also wenn wieder überall das nicht unter 80% ist, resetest du, gehst wieder zu den Cracks und machst wieder das gleiche Pathing. Und du siehst, du hast Top Lens schon Gank, Midlanding Gank, du hast in dem ersten Full Clear schon 5 Gank Options und im Laufe des Games wirst du halt insgesamt 100 haben und du wirst 100% genug Chancen auf 80% plus kriegen und wenn du jetzt, sagen wir mal, du bist 5-0. Wenn du 5-0 bist, dann ist fast jeder Gang ein Kill, wenn du Ult und Flash und so hast. Deswegen wird dann, wenn du 5-0 bist, wird es dann viel einfacher auch sein, solche Gangs zu finden. Bei mir fragt das auch die Grundidee, falls du das beantworten magst. Das kann ich mir ja vorstellen, dass es nicht so leicht nachvollziehen ist, wie du definieren könntest, wie du auf die 80% gedanklich kommst. Okay, also 80% habe ich jetzt nicht aus irgendwelchen Statistiken raus, ist es einfach nur, mit 80% kann man sich es am besten vorstellen. Weil wenn du 80% Wahrscheinlichkeit hast und du, sagen wir mal, dann ist es ja nicht wirklich mehr ein Flip. Flip ist es für mich erst so 60-40-50-50, sowas ist für mich Flip. Aber wenn du sagst, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier ein gutes Outcome kriege, ist 80%, dann klingt das eher so, als wäre das ein richtig gutes Play, sogar wenn du ahead bist. Und 80% ist einfach, so kann man, das ist einfach 4 Fünftel, man kann es sich mega gut vorstellen in Zahlen und versteht dann die Konzepte sehr leicht. So, das schaut wirklich gut aus, das kann ich machen, das schaut nicht so gut aus, dann merkt man schnell, es ist unter 20%, also über 20%, dass ich stirb, schon kein guter Play. So kann man sich das ganz gut vorstellen. Ich habe die Zahlen eigentlich erfunden. Ja, ja. Ich denke, es definiert sich hauptsächlich halt dadurch, hat mein Lane hat CC, wie weit ist die Lane gepusht und so weiter. Da gibt es hier einfach in deinem Kopf irgendeine Zahl, so die du ungefähr einordnen kannst in das Schema. Genau. Sehr gut. Und das würde ich jedem empfehlen, wenn sie Situationen haben, wo sie sterben. Das Beste, wie ich mir selber geholfen habe, zum Climpen, zum Climpen, in den Season 10 zum Beispiel, da war ich Challenger, da habe ich aber noch gefundelt und dann habe ich jedes einzige Dev, jeden Fehler, alles habe ich rewatched und nur deswegen bin ich dann Top 10 gekommen. Und da war ich so happy, dass ich halt, ich war richtig tilted und habe trotzdem ins Game reingegangen, ins VOD und schauen, wo habe ich meinen Fehler gemacht. Und da würde ich jedem empfehlen, wenn sie Devs haben und sie wollen besser werden, generell Jungler oder Yi-Spieler, schau dir einfach an, okay, wie hoch schätze ich in dieser Sekunde, bevor ich gestorben bin, die Wahrscheinlichkeit an, dass das ein guter Play ist oder nicht. Und wenn du dann selber sagst, okay, ich glaube, das ist so 40 Prozent, ja, dann merkt man ja schon, ja, das ist ein furchtbarer Play. Ich weiß ja selber jetzt 40 Prozent und wenn du das nächste Mal in der Situation bist, merkst du, nee, das mache ich einfach nicht. Was soll das? Das heißt auch noch hier, die Frage, ist nur ein Kill ein gutes Ergebnis oder auch ein gezogener Flash oder ein Assist? Ich hätte gesagt, alles wahrscheinlich davon, ne? Sagen wir jetzt mal, es ist sehr abhängig vom Team, was du willst. Wenn du zum Beispiel einen extremen Hyper Carry of ADC hast, kannst du gerne auch für Flash und so spielen, aber die Grundidee ist, dass du Gold kriegst. Und jetzt kommen wir zu einem sehr interessanten Punkt und zwar sagen wir jetzt mal, du machst Rap of Into Mid-Gank. Ich zeige es hier jetzt in dem Ding. Rap of Into Mid-Gank und jetzt sagen wir jetzt mal, wir kriegen den Enemy Mid-Laner auf 10 Prozent HP. Er tut jetzt gerade beide Pods zünden und er hat keinen Flash mehr. Und Clans hat er auch noch reingedrückt und du hast einen Twisted Fate in der Mitte. So, Twisted Fate ist Full HP, hat noch Ignite Up, hat noch Flash Up und jetzt kommt das Interessante. Das ist eigentlich ein hervorragendes Outcome, oder? Zumindest auf Ressourcenbasis, ja. Ressourcenbasis, hervorragendes Outcome. Aber das Interessante ist, eigentlich ist es furchtbar für dich. Es ist hervorragend für deinen Mid-Laner, es ist hervorragend für das Game, aber es ist furchtbar für dich. Ich sage dir jetzt mal ganz kurz die Sachen, weil das wissen die meisten nicht, warum es eigentlich so schlecht ist. Sagen wir mal, du zeigst dich Mid-Laner, bist Level 2. So, jetzt bist du schon mal Level 2, in der Zeit hat der gegnerische Jungle schon die drei Camps gemacht. So, der gegnerische Jungle ist Level 3, hat dreifach so viel Gold wie du, ist ein Level über dir, sieht, dass du in der Mitte bist, weiß, welche Camps noch ab sind von dir, weiß, welche Camps du gemacht hast. Er kann entscheiden, okay, ich schieße ihn jetzt auf den Enemy Blue Buff, er kann entscheiden, okay, ich mache meinen Full Clear weiter, er kann sagen, okay, ich nehme Enemy Chickens, er kann sagen, okay, ich gehe jetzt von hinten auf die Mid-Lane. Der Enemy-Jungler kann machen, was er will und du bist gezwungen, deine andere Seite zu clearn und es ist demnach, hat der gegnerische Jungle, obwohl du dein Mitleiner, obwohl sein Mitleiner fucked ist, hat einen extremen Lead über dich und du musst jetzt erstmal die nächsten, wenn das ein High-Hello Game ist oder sagen wir mal ein gutes Game, du musst die nächsten 10 Minuten erstmal leiden und schauen, wie komme ich zurück ins Game. Okay, Zeit hast du verloren, weil der Gegner ist mit Jungler, weißt du, wo du bist und jetzt wird es interessant. Enemy-Top-Laner weiß, okay, Mastery wird die nächsten zwei Minuten zu 100% nicht hier sein, das heißt, ich kann den gegnerischen Top-Laner all inen. Er weiß, ich muss nicht warden, er weiß, ich warde erst in zwei Minuten, weil dann ist Mastery höchstwahrscheinlich hier. Der Gegner, dein Top-Laner hingegen, denkt, ich darf nicht traden, weil wenn ich half HP gehe, kann mich der gegnerische Jungler Tower diven, der weiß, ich muss jetzt XP aufgeben, ich muss CS aufgeben, das heißt, der Enemy-Top-Laner kriegt jetzt auch noch ein Lead, weil wegen dieser kompletten Pressure und genau so ist es auf der Bot-Laner. Die wissen, ah, okay, Mastery wird die nächsten zwei Minuten Bot sein, ich hau jetzt da ein Ward rein, ich kann weiter pushen, sie wissen eigentlich alles, sie können dich invaden, du verlierst extrem viel, obwohl du jetzt, wie gesagt, all diese Sachen gekriegt hast von dem gegnerischen Mit-Laner. Sagen wir jetzt mal, dein Laner geht 0, 10, sagen wir mal, der hat 0 Kills, 10 Tote, so, dann würde ich mir folgendes denken, okay, ich bin das eine Mal gestorben und jetzt, das weißt du eh schon, Mango, das ist die Antwort jetzt, ja, der eine Tod, den hätte ich so und so verhindern können, meine Schuld, dass ich verliere, ja, aber ich denke sogar noch, vielleicht ein bisschen weiter, wenn ich so sagen kann, ich denke mir, an welcher Stelle hätte ich besser mit meinem Mit-Laner kommunicaten müssen, wo hätte ich ihm mehr pingen müssen, hätte ich ihm das sagen müssen, hätte ich den Jungler mehr pingen müssen, alle communicative Basis, so hätte ich vielleicht zum Beispiel sagen müssen, ihm vielleicht ein paar Calls machen oder wie auch immer, all diese Sachen und wenn das alles die Antwort ist, nein, ich hätte nichts besser machen können, also ich hätte ihm nicht mehr pingen sollen oder so, dann darfst du das Game ruhig verlieren, gar kein Problem, wenn er 0, 10 geht und du für das Game deswegen verlierst, das ist überhaupt kein Problem, du kannst, du kannst nicht jedes Game gewinnen, du kannst einfach ins nächste Game gehen, solange du wirklich keinen Fehler gemacht hast, aber meistens, ich habe das ja bei mir auch, ich mache ja trotzdem Fehler, auch wenn ich jetzt schon sehr gut spiele und auf das kann man sich halt fokussieren und dann wird man auch weniger sich aufregen, ich meine, Mango, du hast ja ein extrem gutes Mäntel, ich habe jetzt Gott sei Dank auch ein sehr gutes Mäntel, aber viele Leute lassen sich sehr hart beeinflussen von dem Team, in der Form, dass sie sagen, ja, wenn mein Mitlehr in der 0, 10 geht, dann verliere ich halt das Spiel, da kann ich nicht so viel machen, das ist schon meines Erachtens die falsche Ansichtsweise, ich persönlich würde immer schauen, wie kann ich noch mehr Kontrolle über das Spiel kriegen, kann ich das dann trotzdem beeinflussen, kann ich trotzdem das Game carryen, okay, dann schauen wir jetzt mal weiter, zwei Minuten in und so eine halbe Stunde durchgequatscht, holy shit, aber das ist immer so, am Anfang muss ich immer solche Basics erstmal erklären, weil das ist wirklich wichtig, dass ich das cover, jetzt schauen wir mal deinen Klieren, du machst es zum Beispiel hier, hättest du Midlane ganken können, wie hoch wäre die Wahrscheinlichkeit gewesen, nach den Chickens Mitte zu ganken, machen wir es mal so. Also für mich wäre das, aufgrund der Tatsache, wie die Wave steht, wäre das für mich 60% höchstens, da müsste Flashen, der Sylas müsste reinähnen, das wäre unwahrscheinlich. Jo, das heißt, der Play ist bad. Ja. So einfach, schon fertig, schon fertig, schon haben wir das erledigt und wissen jetzt, der beste Play ist, zu den Wölfen zu gehen, 100%. Das kann ich dir vergewissern, das ist der beste Makrocard. Okay, ich würde dir einen Tipp geben, ich würde immer W nehmen, Level 3, ich weiß es nicht, ob du das hast. Ah nee, du hast eh W, du hast es nur später geskillt. Aber okay, du nimmst weh, das passt perfekt. So, du hast Vision, du musst auf deine Vision schauen, du hast keine Vision, jetzt gehst du, du weißt nicht, ob Viego hier ist. Jetzt frage ich dich, warum Päv so? Ich glaube, meine Botlane, meine Botlane hat Blubuff gepinkt, deswegen wollte ich zu Blast Plant. Okay, ja, das passt, das nehme ich an, das passt komplett. Jetzt siehst du Viego und jetzt kommst du hier, okay, das passt auch. Da müsstest du schon, da müsstest du zum Beispiel schon anfangen pingen, ein bisschen mehr kommunikaten, weil der Silas, du musst dir denken, der ist ja wahrscheinlich in deiner Elo und der sieht das nicht alles so gut. Du hast in dem Moment schon gesehen, oh, das könnte vielleicht ein Catch sein, der weiß das ja nicht, dass du schon das denkst. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier, in meiner Elo oder generell auch in deiner Elo, wenn ich jetzt dreimal pingen würde, dann wüsste die Jenna und der Silas, ah, er geht dafür. So, das ist hervorragend. Glaubst du, er hat Vision auf dir gerade? Fast. Noch nicht, glaube ich. Wie meinst du fast? Also der Ward, ach, das ist ja unser Ward, der war mein. Ja, nee. Der vergisst das. Äh, nee, ich glaube nicht. Ich lieb's jetzt schon mit dir da. Die Frage, glaubst du, das gegnerische Team hat irgendwo hier gewordet? Ich hab's auf Red eingestellt, also du siehst die Wards nicht. Ich hätte auf Nein getippt, aber wäre komplett blau geraten. Weil sonst wäre der Geo da nicht so hingepaart, ich weiß. Also ich hätte geschätzt aus meiner Erfahrung, dass es 90% nicht gewordet ist. Mhm. Weil, gegnerische Stangen haben ja auch immer Sweeper. Und für die Syndra macht's keinen Sinn hier zu Warden. Das heißt, jetzt hast du einen extremen Vorteil, weil die Gegner keine Vision haben. Die haben auch wirklich keine Vision. Und jetzt, wo du, siehst du gleich, wie er spielt. In dem Moment, wo er diesen Step macht und ein bisschen nach unten läuft, ist es fix, dass es nicht gewordet ist. Jetzt schau ich mal, wie du spielst. Okay. Da müsstest du spielen und nicht sofort flashen. Da kannst du ruhig queuen. Mhm. Ähm, weil, okay, ja, du kannst ruhig queuen. Du siehst, du siehst, du siehst, es ist ein bisschen, ein bisschen unlucky da, ha? Mhm. Okay, also du könntest ruhig queuen, weil du kannst immer noch festen, hoffentlich stirbt. Ja, Gott sei Dank. Das wäre zu sad gewesen. Ja. Passt, okay, mechanically, du hättest queuen können, aber sonst passt er als perfekt. Du machst deine Camps, alles alright. Mitlein kannst du nicht ganken. Du kannst, die Faden zum Beispiel, hier musst du überhaupt nicht nehmen. Mhm. Hast du Angst gehabt, dass der die Skuddle nimmt? Vermutlich. Auch wenn er die Skuddle nimmt, das kann er ruhig machen sogar. Das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass du extrem effizient bist und eben ganz schnell bist. Okay. Weil wenn er die Skuddle nimmt, das ist ja kompletter Scheißperf. Soll du mal Skuddle und jetzt hoffentlich resetest du. Du hast perfekten Back zum Resetten. Wie hoch ist der Gang Chance hier unten? Aber je nachdem, ob der Bart gleich einen Schritt nach vorne macht, auf jeden Fall so oder so unter 80, ehrlich gesagt. Okay. Das heißt, in dem Moment, wo du die Skuddle clearest, das ist so ein Tipp, würde ich schon, weil du kannst jetzt eh nur Outrecks machen, schon Bot schauen. Du schaust hier, siehst, die Wave ist hier. Du siehst sofort, wie die Wave ungefähr pushen wird. Die sind Full HP. Beide haben noch Thumbs. Die Chance ist, ja, ich sage jetzt mal unter 80, wie du gesagt hast. Okay, das heißt, du müsstest jetzt B drücken und das sind wieder 5 Sekunden, wo du verlierst. Einfach so. Okay, du schaust ab und zu auf dein Chat und so weiter. Ich sage jetzt, ich erwähne es jetzt halt, weil vielleicht sind das Sachen, wo du halt nicht dran gedacht hast. Wo laufst du jetzt hin? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich habe vermutet, dass er invaded und wollte ihm deswegen die Blast Plant wegnehmen. I don't know. Weißt du, wenn die Counter spawnt? Die ist gefühlt random. Die spawnt immer 5,25. Hier. Okay. Und hier. Und die spawnt at 1,23. Die anderen Seiten weiß ich nicht. Okay. Ich glaube, die spawnt auch 5,24. Aber ich glaube, ich habe es nach dem Gefühl. Da weiß ich, kann ich es dir nicht sagen. Okay, du clearst. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Kannst du jetzt mit dir ganken? Nicht unmöglich, aber ich sehe immer noch keine 80, ehrlich gesagt. Genau. Und du musst weiterdenken. Du hast keinen Flash. Seidus hat keinen Flash. Du siehst keinen Viego. Das heißt, Viego könnte hier covern. Das sind alles so Wahrscheinlichkeiten. Wenn Bart missing ist, musst du auch aufpassen, dass der Bart nicht kommt. Top-Lang kannst du auch nicht Tower-Difen. Das ist unmöglich. Das heißt, wir clearen weiter. Alles in Ordnung. Ich finde das so süß, wie du da... Das finde ich jetzt echt süß. Habe ich schon wieder den Plan genommen? Du laufst erst runter, dann siehst du, ah, die Wulse sind gerade gespawnt. Ah, lol, okay. Okay. So, du clearst das da. Perfekt. So, was ist jetzt dein Play? Was hast du vor? Also, ich muss jetzt so oder so, ich will Drache natürlich auf die lange Frist zumindest. Dafür will ich entweder, dass man der Bot-Lang-Prior hat oder ich will den Viego catchen. Da Viego catchen unwahrscheinlich ist, hätte ich wahrscheinlich jetzt den Bot-Lang-Gang versucht. Schauen wir mal, was du machst. Ich laufs Bot. Und genau das zum Beispiel hätte ich nicht gemacht. Okay. Ich wäre direkt zum Drake gegangen. Ich kann dir erklären, warum. Weil, du wirst Bot-Lang keinen Kill kriegen. Natürlich kannst du den Viego vielleicht catchen, das heißt, ich hätte vielleicht sogar die Pflanze genommen und hier kurz gesweepert und dann direkt zum Dragon. Aber ich hätte nichts darauf geachtet, dass ich da Bot-Ganken kann. Ich denke, das wirklich geht nicht. Punkt. Außer wenn sie runterrennen, aber dann reakte ich halt. Also ich würde direkt mit dem Dragon starten, weil du hast hart mit Pryor. Und das musst du sofort, selbst wenn Viego kommt, ist das eh gut für dich. Und du willst eigentlich Bot-Lang-Ganken. Wann ist denn die Zeit, wo du usually Bot-Lang-Ganken willst? Hast du da eine Idee, worauf ich hinaus will? Zeit? Also, ich muss zugeben, ich bin so weit, dass ich inzwischen sage, ich gank einfach nur Bot-Lang, weil das Gefühl, dass ich das Impact hat. Aber ich habe keinen richtigen Maßstab. Du kannst dir generell so merken, wenn du Ult und Flash hast, willst du eigentlich fast immer Bot-Ganken. Weil du musst dir so eine Situation, stell dir mal so eine Situation vor, und du bist jetzt auf dem Bart drauf. Okay? Und du hast jetzt Ult ab und Flash ab. Dann ist das höchstwahrscheinlich vielleicht sogar ein Double-Kill. Ja. Hättest du kein Ult und kein Flash, kriegst du niemals irgendwas. Und du kannst dir gerne mal so Situationen anschauen, wie viel Riesenunterschied Ult und Flash bei so einem Bot-Lang-Gank ausmacht. Das heißt, wenn du Ult und Flash ab, denkst du sofort, ich will sofort Bot-Ganken. Das ist eigentlich so das Goal. Also, du machst deine Camps wieder. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie viel Gold hast du wieder? 1000, okay. Warum machst du jetzt den Grump? Was ist dein Goal? Das ist einer meiner größten Schwächen. Farben weiß ich sehr einfach nur, dass ich den abgelassen habe. Und wenn ich den jetzt stehen lasse, habe ich das Gefühl, der bleibt halt vom Level niedriger und ist dann so out of sync mit dem Rest des Clears irgendwie. Okay. Das kannst du dir eigentlich ausblenden. Das mattert nicht wirklich. Auch wenn die Wolves jetzt zum Beispiel abwehren und der Grump nicht. Das kannst du einfach stehen lassen. Was viel wichtiger ist, dass du immer effizient bist. Du siehst, du hast einen guten Back, Pickaxe Back. Das heißt, die wird sofort resetten und was wäre dann der Play gewesen? Wenn ich jetzt resette, meinst du? Jo, nach dem Reset. Straight Up Crux. Straight Up Crux, into Rap of into Chickens. Ja. Und danach kannst du eventuell Mid-Gank oder Top-Gank, vielleicht Herald, alle Sachen sind möglich und dann sind die Wolves eh schon spawned. Das heißt, dieser Grump zum Clearen kostet dich extrem viel extra Zeit for no reason. Du clearst dann auch ziemlich schnell. Jetzt resetest du. Das hat dich jetzt, glaube ich, 15 bis 20 Sekunden gekostet. Aber was machst du jetzt? Hilfe, um Himmels Willen. Ah, ich weiß genau, was ich gemacht habe. Ich weiß genau, was ich gemacht habe. Wie viel Gold habe ich? 1.000. Ja, ich will, was habe ich für ein Item? Ich habe, weiß ich gerade nicht. Ich habe, mir fehlen 300-400 Gold bis fertigen Krakens leer. Weiß ich ganz genau. 300-400 Gold bis fertigen Krakens? Dir fehlt noch 1.100 Gold. Vielleicht Berserkers? Vielleicht Berserkers, I guess. Ja, wahrscheinlich. Also das ist, weißt du, warum das so extrem schlecht ist? Weil ich auch ohne Item sogar langsam erkläre und das dadurch noch ineffizienter wird. Der Hauptgrund, warum das furchtbar ist, ist, weil du momentan kein Champion bist. Du kannst dich wirklich mitlenken. Du kannst dich wirklich irgendwas machen on the map. Das heißt, du hast keine Items. Du hast einfach 1.000 Gold, du hast deinen Ultim Flash Up, aber eigentlich hat jeder jetzt eine Item Advantage über dich. Natürlich jetzt die Syndra Reset oder wie auch immer, aber egal was passiert, wenn der zum Beispiel Herald, der Viego, geht direkt nach dem Base auf den Herald. Du kannst das nicht contesten, weil du hast nur einen Unkiefer. Okay, du bist jetzt in einer sehr guten Position, weil du schon 1-0 bist, aber du bist einfach behind in, also du hast dein Gold einfach noch nicht gespendet und dadurch bist du einfach nicht impactful. Deswegen bist du jetzt gezwungen, du bist wie an der Leine gekettet gerade, dass du deine drei Camps hier nimmst und dann Reset ist. Und das ist furchtbar. Wenn du zum Beispiel Reset ist und dann zu Crux geben würdest, bist du frei. Das heißt, egal was Topland oder Herald passiert, du kannst sofort fighten, wenn du willst. Du verstehst, was ich meine, oder? Ja, ja. Also als ich das gerade gesehen habe, war ich auch so, das widerstrebt mir auch, aber ich verstehe, was ich in dem Moment gedacht habe. War nicht so smart. Ja, oftmals ist es eh so, dass du dann selber sofort siehst, oh, was war denn das? Jetzt kommt der legendäre Cheese, der Mango Cheese. Okay, let's go. Du siehst ein Topland Play, du gehst. Sieht nicht gut aus, aber ich hoffe, ich dreh um. Ich hoffe auch, dass du unnächst. Ich dreh um, kurzer Tag. Ich hoffe, ich dreh um. Ohi, ohi, da kommt der Trap. Wer hätte es erwartet, dass der Mango am Gebüß bleibt. Das war ich ja jeweils. Ohi, 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 jetzt verlierst du halt Flash und Ult. Ja. Ohne die zwei Abilities bist du kein Champion mehr. Du kannst nirgendwo ganken, außer die Gegner machen huge Mistakes. Das heißt, du musst jetzt eigentlich 80 Sekunden warten, musst full clear, obwohl du ahead bist. Was hättest du tun sollen? Du siehst den Gregors, das passt, das passt. Und jetzt einfach raus, oder? Wahrscheinlich. Okay. Ich verstehe immer noch nicht, warum du da getrappt hast. Ich meine, die sehen legit, dass du da einfach reinläufst. Oh mein Gott, stimmt ja. Okay. Also ich habe einen sehr aggressiven Spielstil. Also wenn der jetzt in mich reingelaufen wäre und ich wäre im Fork gewesen, hätte ich den einfach versucht zu erleben. Hätte nicht geklappt wahrscheinlich. Es ist halt Kragas. Der Kragas würde einfach E, egal wie du spielst, er drückt E und du bist useless. Das ist halt ein grausiger Champion. Das ist eh wie Jäger, oder? Also das hat nur, ah, okay, voll. Okay, so, du rennst weg. So, jetzt schauen wir mal, was du machst. Der Rest vom Game, du hast gesagt, du throwsst im Late Game eher, oder? Mit Game. Schau jetzt mal an, was du da machst. Okay, Bot Gang. Du siehst, wegen dem Ult ist das extrem free. Du kriegst den und jetzt sollte der auch tot sein. Auf jeden Fall. Ist er aber nicht, weil ich so aus cool. Also das ist auch blöd, das ist ja, ich bin nicht komplett, ich habe gar nicht gecheckt, dass das eine gegnerische Kaiser gerade da ist. Bin der komplett brain dead, holy shit. Okay. Schauen wir mal, kannst du sagen, wie du spielst? Wurde es exhausted, gestunnt. Okay, musst du da raus, oder nicht? Also mit dem Exhaust, ich habe am liebsten jetzt eigentlich geweht und hoffe, dass mir jemand hilft. Sagen wir mal, du willst es disengagen, wie würdest du spielen? Habe ich Q? Ja, ich würde den Kahneman in Q'n wahrscheinlich, oder die Kalk. Genau. Ja. Kahneman in Q'n, dann wärst du hier und wärst komplett fine. Boah. Ist das worth it oder nicht? Das sind zwei Kills für mich und ein Kill fürs Gegnerteam. Nach meiner Philosophie ist das worth. Okay, ich lasse dich in deiner Philosophie. Nee, bitte korrigiere mich. Nee, es ist überhaupt nicht worth worth, weil du jetzt halt 30 Sekunden dead bist. Und du musst snowballen, du bist 3-0, du bist extrem in einer guten Position und dein Champ ist extrem stark gegen die Gegner. Ich hab dir gesagt, ich persönlich will immer full Control over the game nehmen und du kannst das Game nicht kontrollieren, wenn du einfach nur even bist mit dem gegnerischen Jungler. Der Viego, wenn der jetzt im Late Game 150 CS hat oder 134 CS, macht überhaupt keinen Unterschied. Aber ob du jetzt ein Level höher bist oder niedriger, macht einen riesen Unterschied. Du könntest jetzt zum Beispiel, hättest du jetzt dann den Kannon gequeuet, könntest du direkt Drag machen. Leuchtend. Und das Game ist so gut wie gewonnen. Das sag ich das. Ich sag's dir so, okay? Ich sag dir mal, wie ich spielen würde. Zum Beispiel, dass du da Dragon machen kannst. Ich hab da drauf jetzt auch nicht geschaut. Also ich, das war jetzt nicht so, oh mein Gott, er geht disengaged, weil der Dragon spaut. Nein. Ich sag dir, wie ich spiel. Okay? Ich hätt's vielleicht eh schon Cue, passt. Ich hätt wahrscheinlich immer hierhin gequeuet, damit er mich nicht stunnen kann. Passt, du hast ihn gekillt. Und jetzt würde ich mir denken, okay, die Chance, dass ich stirb, ist zu hoch. Die Chance, dass ich überlebe, wenn ich den Kannon, wie hoch ist die Chance, dass ich überlebe, wenn ich den Kannon mit den Queue. Wenn ich den Kannon mit den Queue, dann ist die 90%, dass ich überlebe. Ja, ich würde fast sogar sagen 100%. Okay. Und ich denk mir halt einfach, 100%, dass ich überlebe und jetzt, dass ich einen Kill kriege, ist schon hoch, sag ich jetzt mal. Sagen wir mal, wir wären noch höher, aber es ist einfach nicht needed. Ich brauch den Kill nicht, um das Game zu gewinnen. Ich sag jetzt, selbst wenn ich einen Doppel-Double-Kill kriegen könnte, es ist nicht notwendig. Ich kann einfach den Kannon queuen, den Drake machen, mein Bot-Sack-Cams resetten, top ganken und ich gewinne das Game einfach automatisch. Und deswegen, wie werden die Games, wenn ich sie jetzt spielen würde in Diamond, einfach, weil ich solche Gewohnheiten, wie da jetzt rausgehen, einfach mache. Und dann fühlt sich das einfach an. Und du machst das nicht, du stirbst jetzt. Schauen wir mal, wie es was passiert. Kaiser kriegt den Shutdown. Das sind 300 irgendwas Gold. Das ist jetzt 400 Gold oder so mit Viego. Kaiser wird vielleicht ein Problem. Das Game fühlt sich schwer an. Und alles, was die Gegner über dich snowballen und nicht über mich hätten, fühlt sich für dich nochmal extra exponentiell schwerer an. Und das müssen wir auch schaffen, dass du in der Situation es schaffst, glaubst du, du schaffst es in der Zukunft, in so einer Situation anders zu denken? Wenn ich mich voll konzentriere und das im Hinterkopf habe, was du sagst, definitiv. Nur das ist so richtig, bei mir so situational learning. Wenn die Situation nochmal anders ist, aber eigentlich mit derselben Devise eigentlich wäre, in dem Moment einfach zu sagen, okay, ich gehe jetzt nicht auf den Gritty Kills, sondern gehe raus. Wenn ich den in einer ähnlichen Situation unter dem Midtower wahrscheinlich erst einmal nochmal wieder einmal falsch mache, um dann zu merken, hey, warte mal, das war das Gleiche und dann mache ich es vielleicht beim nächsten Mal richtig. Also es ist so, ich lerne gut, aber ich brauche es immer einmal, ich muss es immer einmal selbst erfahren. Ich meine, du kannst ja auch, wenn du, sagen wir mal, du willst weiterhin einfach nur auch solche witzigen Plays committen und so, du musst ja nicht immer rausgehen, das ist komplett fein, aber mein Goal ist es, dass ich dich auf ein Level bringe, sozusagen, du sowas einfach wie schon im Schlaf kannst oder machst und dann hast du witzige Fights, auch wenn du besser spielst. Okay, ja, okay. Okay, so, was ist jetzt der beste Play? Drake ist aber so, gerade zum Drake hätte ich gesagt, aber warte, wir haben keine Bot-Prio, keine Ahnung. Mich hat vorher gecleared, gewartet, bis mein Bot wieder da ist und dann zum Drachen. Oder gehen wir sogar auf die Syndra. Auf die Syndra würde ich jetzt nicht gehen, weil du hast kein Ult, kein Ult, kein Flash und die ist Full HP und du hast keinen Silas, aber ja, du hast alles richtig gesagt. Makro weißt du perfekt. Du machst, du laufst langsam zum Drake hin, zum Beispiel hier, kannst du es fertig machen, weil du rusht den Drake. Wenn die früher resetet, wenn die Gegner früher gekommen oder so, zuerst clear. Oh mein Gott, ich habe auch die Farben verwechselt. Ich dachte, rot werden die Gegner gerade. My bad. Ja, nee, dann ist es definitiv ein Drake-Call. Okay, aber, okay. Vergiss es, nehmen wir dich drüber. Weißt du, sonst bin ich immer blau. Ich freue mich schon aufs Live. Beim Live-Coaching machen wir das ein bisschen mehr enjoyable und ich so, ich mache es immer so ernst, meine Coachings. Ich finde das immer gut, ich finde die Mischung gut. Okay, dann schauen wir mal weiter. Was machst du da? Tanzt du ein bisschen durch die Gegend? Äh, ja. Solche Sachen, ob das glaubst du oder nicht, vierten Client, dass die einfach, schau das an, schau mal nur kurz in einer Speed, was du da machst. Du laufst zum Grump, drückst S, dann laufst du da hoch, dann laufst du da rüber und dann laufst du zum, was soll? Also wahrscheinlich hast du irgendwelche Settings gemacht. Wahrscheinlich hast du irgendwelche Settings gemacht. Oder Musik geändert. Ich glaube nicht, dass du im Game warst. Und jetzt wieder zurück zum Grump. Ich glaube, das war fix on stream, einfach irgendwas, nach Frage beantworten oder so, oder? Maybe, ja, kann sein. Also allein schon, dass ich da nach rechts zum Tower laufe, das ist mir ein Rätsel. Da muss ich wirklich Brain Africa gewesen sein. Ja, aber das würde ich mir nicht so verkopfen. Alles okay. Also, ich meine, ich habe das jetzt nur ein, zweimal gesehen und bei dir als Streamer ist das natürlich nochmal was anderes. Machst du das, das, das. Okay, perfekt. So, Reset. Die Chance, du stirbst immer null. Cracken. Double Dagger. Perfekt. Sehr, sehr gut. Jetzt paffst du. So, jetzt machst du zum Beispiel schon einen Riesenfehler. Genau das ist, ich werde dir jetzt einen Tipp geben und ab sofort wirst du nie wieder strugglen im Midgame. Das ist der Big Coaching Tipp, den du jetzt kriegst. Okay. Okay. So, das ändert alles. Ganz kurz beobachten wir jetzt mal, was du machst, okay? Aha. Und ich vermute mal, das wäre jetzt auch das, was du machen würdest in der Situation. Du bist gerade Resetet, hast einen Shutdown, du willst deinen Lead nützen, sweepst ein bisschen rein, dein Team grouped und du schaust, ob du irgendwo ein Play ist. Ist das dein Makro, oder? Du willst die Camille da drin vielleicht catchen? Schauen wir mal. Und das ist furchtbar. Was du machen musst, ist folgendes. Du suchst dir in so einer Situation, du bist ahead in Gold, du hast bei der Drakes, du bist in einer absolut amazing Position. Wenn die, wenn es weiter scalt, kriegst du immer mehr Items, du bist immer noch mehr in einer guten Position und so weiter und so fort. Das heißt, du musst jetzt nicht unbedingt fighten. Es sind momentan keine Objectives up, du musst für nichts spielen. Wie spielst du es jetzt makro-weiß, damit du mit Games smooth runterspielst, damit du wieder High-Alo erreichst und wieder mehr Games für die gewinnst? Das ist ein Fehler, ein riesengroßer Fehler. Was du machen musst, ist, du suchst dir einen von deinem Team aus, in dem Fall wäre es jetzt zum Beispiel der Seilers, und spielst um ihn. Das heißt, du willst jetzt wieder Kontrolle über das Spiel nehmen, weil du und Pavs jetzt erst mal Borderline, das ist das Erste, was du machst. Warum? Du suchst dir den Stärksten aus deinem Team aus und coverst ihn. Ich erkläre dir gleich, warum. Du gehst jetzt zum Beispiel hier, willst du, dass dein Xayah und Jenna Midlane auspushen. Sagen wir mal, Midlane ist ausgepusht, Toplane ist ausgepusht und der Jungle matter gerade nicht, oder? Das bedeutet, eigentlich passiert nichts auf der Map. Wenn du jetzt aber Midlane da laufst, dann willst du, dass etwas auf der Map passiert und ich sage jetzt einfach mal, du versuchst, was zu erzwingen und das ist komplett unnötig. Du musst nichts erzwingen. Das Spiel wird von selber in deine Hände fallen, sozusagen. Und du musst auch nicht so den Gedanken haben, ich muss jetzt irgendwas tun, ich bin fett. Überhaupt nicht. Du spielst langsam, Schritt für Schritt nach vorne und in dem Fall ist es jetzt der Seilers, den du covern willst. Ich erkläre dir jetzt gleich zum Thema Covern. Covern heißt für mich, du bist einfach in der Nähe, zum Beispiel machst du den Grump, stehst im Gebüsch oder hier. Du willst im Schatten bleiben. Das bedeutet, die Gegner sehen dich nicht. Die sehen dich nie. Das bedeutet, wenn jetzt der Seilers hier mit der Syndra 1v1 fightet, hat die Syndra keine Ahnung, wo du bist. Wenn ich jetzt weiter drücke, ich zeige das mal weiter, hier sehen sie jetzt dich zum Beispiel, hier sehen sie dich. Wenn du hier so spielst, wie du jetzt gerade spielst, das ist oft der Fall, werden die Leute dich immer irgendwo tracken. Weil du laufst durch das Gebüsch, durch das Gebüsch, durch das Gebüsch, und du laufst überall durch, oder? Die werden dich irgendwo tracken. So, jetzt weiß die Syndra, okay, Mastis ist zu 100% nicht in dem Gebüsch. Und die Camille weiß, Mastis ist zu 100% nicht in dem Gebüsch. Wenn du dich nicht gezeigt hättest, könntest du überall sein, sozusagen. So, und wenn du jetzt hier bist, sagen wir mal, du bist in dem Gebüsch und coverst den Seilers gerade. Das bedeutet für den Seilers, er kann extrem aggressiv spielen. Er holt sich die Wave und er all-innt die Syndra. Die Syndra darf auf keinen Fall zurücktraden, weil du sonst sie einfach killen kannst. So, das heißt, sagen wir jetzt mal, der Seilers, und das ist eigentlich das Hauptgoal, sagen wir mal, er wäre 5-0. Das bedeutet, er ist extremest Threat für die Enemy. Wenn du jetzt mit dem Seilers das richtig spielst, kannst du wahrscheinlich 2v3, 2v4 fighten, oder? Das heißt, um dich aufzuhalten und dein Seilers, müssen sie 4 Leute schicken. Wenn sie 4 Leute schicken, pusht dein Kragas Top durch und dein Team pusht Mitte durch. Wenn sie nicht 4 Leute schicken, dann befänden sie die und der Seilers und du holst sich den Tower und killst die Syndra. Und es gibt nichts, was die Gegner dagegen tun können. Wenn du jetzt aber mit Lange gehst, dann tust du wieder das Game sozusagen, ich würde schon sagen, dass du das Game ein bisschen flippst, weil du schaust, ja, hoffen wir mal, dass da irgendein guter Fight kommt. Dann kriegen die Gegner einen guten Fight. Ah, Lucky, kriegen wir einen guten Fight. Nice. Und das ist nicht notwendig. Wenn du jetzt hier Botlane gehst, sagen wir mal der Seilers Stayed Mitte, dann pusht du die Wave alleine und nachdem du die Wave gepusht hast, versuchst du einen Catch auf die Syndra oder einfach Botlane zu stayen. Wenn da ein Mittler in einem Fight ist, pusht du den Tier 2 weiter. Wie viele Leute brauchen sie momentan, um dich zu killen? Was glaubst du? Je nachdem, ob die Camille dabei ist, so 1 bis 4. 1 bis 4. Also Camille kommt nicht alleine 1 v 1, glaub ich, aber Viego und Syndra könnte ich töten mit dem Stun-Dodge von Syndra. Genau. 1 bis 4. Das heißt, es kann sein, dass 3 Leute kommen und du gewinnst es trotzdem. So. Hast du 1 gegen 5 eine Chance? Nee. Gar keine Chance. Richtig ansatzweise. 0. 0 Chance. Ja. Und jetzt bringt es dich vielleicht schon zum Nachdenken. Du bist Mitte und du willst, dass alle 5 Gegner auf einen Haufen kommen. Und genau das ist deine Schwäche. Und deine Stärke wäre 1 gegen 3, 1 gegen 4, 1 gegen 2. Stell dir mal vor, du bist da unten und wartest, dass da nur 2... Wenn 5 Leute kommen, laufst du einfach ein bisschen weg und lass dein Team pushen. Wenn 2 Leute kommen, 1 v 2. Wenn 3 Leute kommen, 1 v 3. Wie auch immer du spielen willst, aber du lass den Seilers pushen. Und jetzt kommt das Interessante beim Covern. Wenn du jetzt nicht hier bist, zum Beispiel der Seilers sieht, ah, der will Mitte laufen, lauft er auch Mitte. Wenn du jetzt Botland wärst, würde er anders spielen. Warum würde er anders spielen? Weil wenn er jetzt alleine Botland auspuscht, kann sein, dass Bart einfach nur E drückt und ult auf ihn oder wie auch immer und er stirbt und er kann nichts dagegen tun. Wenn du aber in dem Gebüsch bist und der Bart macht das, dann tötest du alle Gegner. Sofort. Das bedeutet, wenn du nur in der Nähe bist und gar nichts machst, gibst du einen extremen Pressure für dein Team und erlaubst, egal wie fett dein Teammate ist, das Spiel zu spielen. Und wenn du denen erlaubst, das Spiel zu spielen, dann gewinnst du so leicht das Game. Und das Game sollte jetzt eigentlich fast schon ein Auto-Win sein. Sagen wir mal, ihr zwei swaps einfach Position. Du bist jetzt 3-1 im Blue Team. Dann würde ich dir sagen, du stehst jetzt mit der Kamill rum. Mit der Kamill kannst du alles fighten. Und sehr, sehr einfach. Die Kamill push den Tower. Kragas drückt, sagen wir mal, Kragas drückt E-Ult auf die Kamill unter seinem Tower. Das bedeutet, du kannst den Kragas sofort als Gie Tower-Difen, weil er nichts mehr hat. Und genau so solltest du spielen. Das ist das Gleiche, was du auch im Dong-Hub-Video erzählt hast, oder? Dass du einfach nur quasi hinter deinen starken Team-Mates stehst und wartest bis an den Ressourcen-Wasten. Genauso. Und genauso will ich, dass du das auch theoretisch in Teamfight spielst. Zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel dich entscheidest, okay, ich will Teamfight, mir gewinnen Hard-Teamfight. Wäre jetzt in dem Fall nicht der Fall. Mhm. Okay? So. Dann willst du es so spielen, dass alle von den Gegnern ihre Fähigkeit einsetzen und engagen. Und selbst wenn, sagen wir mal, dein ganzes Team ist tot und alle von denen sind in Half-HP mit keiner Ult, machst du einen Pantakill. Mhm. True. Und das meine ich mit nichts tun und das habe ich auch in deinem Video gesagt, dass wenn du nichts tust, einfach nur wartest bis auf die perfekte Situation kommst, dann ist es wie, das ist wie, wenn einfach ein Fluss bergab fließt. Das passiert alles von selbst. So, es ist komplett einfach. Aber wenn du das erzwingst, dass der Fluss bergab fließt, viel Glück. Mhm. Wenn du erzwingst, wenn du als erstes engaged und sagst, ey, ich muss jetzt ein Fight gewinnen, dann wirst du einfach nur geoneshotted und dann fühlt es sich an wie, boah, must-dee ist scheiße, meine Mumu-Winred ist higher. Dabei ist es eigentlich einfach. Also ich nenne es jetzt einfach mal mit dem Fluss runter. Ich finde die Wetter war super. Ich will auch mit dem Fluss schwimmen. Ich bin, I'm tired of swimming up. Ich will nicht mehr. Ja, genau. Und dann regen sich die Leute auf, dass sie nicht aufwärts schwimmen können und strugglen und strugglen und strugglen. Dabei können sie eigentlich nach unten fließen. Okay. Ich habe gerade passend dazu, also Manko soll geduldig sein. Da bin ich gespannt, ob das klappt. Drück dir die Daumen. Geduld ist eine Schwäche von mir. Das stimmt. Ja, es ist wirklich Geduld. Geduld musst du haben und dann macht das echt Spaß. Vor allem, du wirst, also sagen wir mal, du gehst 1v5 rein und stirbst, so, dann hast du auch kein Content. 1v5 reingehst, wenn dein Team tot ist und geduldig warst, das ist Content, weil dann schlägst du alle auf. Ja, fair, fair, fair. Und dann kommt das im All-Chat, ha, fuck you, ye, ban ye next game oder irgendein Scheiß. True, man kennt das, man kennt das. Und dann lachst du dich dir den Arsch ab. Das ist echt geil. Und jetzt sag ich dir noch eine letzte Sache zu dem dann tut sie einfach das Gamefinish. Sie pusht den Tower, pusht den Tower, weil wenn sie engage wird, killst du alle. Und das ist alles. Du musst jetzt sowas nicht machen, weil du siehst, jetzt sagen wir mal, gegnerische Perspektive, es ist auch nichts ab, siehst du? Alle laufen schon Mitte und das ist genau das, was du eigentlich nicht willst. So, dann schauen wir mal weiter, was passiert. Und basically tust du jetzt die letzte Minute, bist du nur im Kreis gelaufen und hoffst, dass irgendwas passiert. Ja. Und der große Fehler an dem ist, dass das nur funktioniert, das funktioniert nur, sag ich jetzt mal, in deiner Elo, in höhere, sagen wir mal, in Diamond 2 Master, ist sowas schon viel schwieriger, dass das funktioniert, weil hier erwartest du oder hoffst sozusagen, dass die Gegner einen Fehler machen. Und du solltest eigentlich das Spiel gewinnen, sogar wenn die Gegner Fehler losspielen. Und hier hoffst du nur, du hoffst, dass sie engage... Was machst du denn, wenn sie nicht engagen? Da bringst du gar nichts. Richtig. Also ich schaue jetzt nicht zu lange das Game, ich würde sagen, wir machen nachher noch eine Runde Live-Coaching. Sure. Was haltest du davon? Gerne. Sehr gerne. Gut, dann würde ich noch so fünf bis zehn Minuten schauen, oder? Ja, also ich würde gerne nochmal den Punkt sehen, an dem ich jetzt anfange, komplett zu werfen, abseits von der Zeitplanung, oder wo ich auch einfach zu werfen habe. Jo, das klingt gut, passt. So, du machst deine Cams hier, perfekt. Gut, ich schaue jetzt einfach mal nur, wo du jetzt noch grobe Fehler machst und nicht kleine Fehler. Hm. Du hast Ult wieder gewastet. Das ist eigentlich ein Meme bei mir. Ganz kurz Pause. Ja. Es ist ein Meme bei dir okay, was noch ein Meme ist oder in Zukunft sein kann. Du hast in den letzten drei Minuten null CS gemacht. Und dann legst du dich auf, dass du kein CS nimmst. True, true, true. Also ich würde auch jetzt weiterhin, wo ich jetzt hier gerade ein bisschen einfach nur rumgelaufen bin, und einfach die ganze Zeit covern einfach. Slash Objectives irgendwie gucken, ob die abwehren. Du machst deine Cams und stehst nicht, aber nicht hinter deinen Midlanern. Du willst Sideline eigentlich pressern. Du willst das, wenn dein Team nicht pusht, dann musst du mitpushen. Du willst aktiv effizient sein und halt, du willst useful cover, nicht einfach warten. Covern heißt nicht, dass du wartest, bis die Gegner auf dein Team engagen. Covern heißt, dass du hinter deinem Team bist, damit dein Team sehr aggressiv spielen kann, damit die Gegner nicht engagen. Oder halt damit, dann können sie nicht engagen. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Das ist ein riesen Unterschied. Und selbst wenn sie es nicht machen, habe ich ja meine Kills schon, also bin ich fein. Wenn sie es nicht machen, dann sagen wir mal, du coverst die Xayah, sie ist Full-HP, 10-0. Wenn sie die nicht engagen, dann pusht sie den Tower durch. Und die Minion, dann hast du so viel Pressure, die müssen irgendwie die Xayah aufhalten und dann bist du effizient. Ich beobachte dich und du machst basically gar nichts. Du laufst einfach nur kreisrum und das ist das Interessante jetzt. Ich kann jedes Game von dir anschauen, ich werde das immer bei jedem Game sehen. Stimmst du mir zu? Safe. Und wenn du das nicht machst, dann hast du nicht mehr eine 45% Windrate, sondern vielleicht eine 65. Also no flame, gell? Ja, alles gut. Das ist ja das, was ich hören will, quasi. Das heißt, hast du die letzten fünf Minuten nichts gemacht und bist dann gestorben. Ja, ja. Und du hättest das Game, und jetzt snowballen die Gegner. Das war es eigentlich. Jetzt snowballen sie. So, letzte Frage noch. Also jetzt wird einfach nur noch gesnowballt. Ich schaue jetzt noch den einen Fight an. Aber, okay, ich schaue jetzt erst den Fight an, dann freue ich dich das. Also es ist einfach sehr random, was passiert. Sehr, sehr clean gespielt mechanically. Du flasht, dann queust du mit dem Flash. Aber es ist unnötig. Und jetzt schaue ich mal ganz kurz, wie du spielen hättest müssen. Okay, wo laufst du hin? Ich versuche Division zu dodgen, glaube ich. Und jetzt wirst du gehittet von Bardult. Und wo bist denn du? Wo bist denn du? Da unten. Okay, du killst den. So, jetzt bin ich gespannt, wie du spielst. Warum bist du da? Uiuiuiui. Um zu stallen, um zu gucken, was passiert, glaube ich, tatsächlich. Okay, dann schaue ich mal weiter. Hier würde ich, okay, ich akzeptiere es, ich akzeptiere es. Hier müsstest du eigentlich sofort sehen, dass du links hinkst. Aber, okay, das sind Kleinigkeiten. Okay, ich werde es nicht auf die Mechanics eingehen. Alles gut. Wie viele Punkte hast du auf hier eigentlich? 1,7 Millionen, glaube ich. Okay, ich habe mehr. Ja, dann hoffe ich auch. Okay. Aber zusammen haben wir, glaube ich, so 4 Millionen, 5 Millionen. Boah, schon krass irgendwie. Wie viel Zeit mir eingespielt. Okay, ich erwähne es jetzt noch ein letztes Mal. Du bist einfach extrem teamabhängig, dein Spielstil. Okay. Und hoffnungsabhängig. Du hoffst extrem viel so. Du bist eigentlich nur am Warten. Ich glaube, daran erinnere ich mich. Das ging gut aus. Ich würde gar nicht erst hier stehen. Okay. Ich würde zum Beispiel, ich wäre wahrscheinlich am Grump oder würde danach kommen. Ich wäre, die sehen dich ja permanent. Das will ich eigentlich nicht. Ich wäre wahrscheinlich, würde wahrscheinlich irgendwo im Vorgavor sein und wahrscheinlich von da hinten kommen oder von hier oder so. Weil auch wenn dein Team, die werden ja nicht sofort gewonshotted alle. Das dauert ja ein bisschen, der Fight. Ich bin mir ziemlich sicher, du wirst einer der Ersten sein, der stirbt. Schauen wir mal, was wir sehen. Wahrscheinlich, ja. Abgeultet schon. Und du bist der Allererste, der stirbt. Schau mal, wie laut die sind. Stell dir vor, du wärst jetzt von hier mit Full-HP gekommen. Oh, ja. Das wäre Zucker. Das wäre lecker. Okay, aber du weißt eh schon alles, was du machen musst. Perfekt. Gut, ich würde sagen, den Rest ist nur noch normal. Trackst du extrem viel Vision oder bewachst du die Sweeper einfach nur für Key Moments auf quasi, um zu wissen, dass du ein Fock bist in solchen Momenten. Nee, Sweeper immer, wenn du Lust hast. Wenn ich, wenn ich Vision schaue, zum Beispiel, hier von hinten zum Beispiel kommen, dann tue ich immer nach Erfahrung und Erwartung gehen, dass es nicht gewordet ist oder so. Okay. Natürlich, ich tue jetzt nicht so aktiv sagen, ja, ich sweeper jetzt nicht, weil in zwei Minuten kommt der Dragon oder irgendeine. Nein, das musst du überhaupt nicht. Einfach, du spielst das genau gleich weiter. Auf diese, auf diese Kleinigkeiten kommt es null drauf an. Okay. Es ist nur diese grobe Entscheidung, ich gehe jetzt zum Silas. Ich gehe jetzt da den Covern und nicht, schau mir mal, was passiert. Wenn dieses, schau mir mal, was passiert, switch zu, ich mache das und dann das und dann das, dann wird es hundertmal einfacher, egal ob du sweeper oder du kannst sogar das blaue nehmen, das ist komplett wurscht. Okay. Okay, okay. Es ist überrascht, oder ich lässt sich für mich auch anwenden, weil übel oft sehe ich einen Later, wo ich mir denke so, oh ja, ich bin der Herd, ich kann mal einen Killsnack und dann kommt er hinterher der Dunglau aus dem Fock. Schön. Okay, auch wenn du manchmal so gecatcht wirst, gar kein Problem. Aber das ist ja quasi das umgedreht von dem, was du sagst, weißt du, zu covern und im Fock zu bleiben. Ich habe nie drüber nachgedacht, muss ich zugeben, quasi absichtlich ungesehen zu bleiben, wenn Teamfights about to, oder zumindest größere Fights dabei sind, sich zu entwickeln. Und du wirst merken, erstens, wird es dir wahrscheinlich mehr Spaß machen und zweitens, du wirst auch mal merken, wie useful das ist. Weil du hast es einfach noch nie probiert. Ja, Leute, das ist jetzt schon eine Menge Wissen auf einmal. Holy shit. Tschüss. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.